Willkommen im neuesten Video zur näheren Beschreibung der Handy Surgery Linie. Ich bin Luca Riccardi, General Manager von Technomed Italia und darf Ihnen heute zeigen, wie nützlich, einfach und praktisch dieser als Easy Trade bezeichnete Artikel ist. Zuerst möchte ich Ihnen erklären, wie Easy Trade entstanden ist. Wir sind Fachleute in der ZAR-Chirurgie, wie Sie bereits in den vorherigen Videos gesehen haben. Beim Einrichten der Chirurgieräume benutzten wir einen standardmäßigen Rollwagen, also einen normalen Instrumentenwagen mit vier Rollen, nicht unbedingt aus Edelstahl, wo die drei schlechthin wichtigsten Instrumente des Facharztes für Mund-Kiefer-Gesichtskirurgie, das heißt das Elektrochirurgiegerät, das Implantologiegerät mit Mikromotor in die Piso Surgery untergebracht werden. Offensichtlich sind bei einem normalen Instrumentenwagen alle Anschlusskabel sichtbar und überdies sind die Handstücke auf der Seite der Geräte angebracht. Dies verursachte dem Operateur während der Arbeitsphase größere Probleme hinsichtlich der praktischen Durchführbarkeit und außerdem waren drei Fußhebel vorhanden. Kurz gesagt, es war ein richtiges Durcheinander, bestatten Sie das Wort, von Kabeln und dicht zum Nachteil der Hygiene. Daher haben wir auch in Absprache mit Ihren Kollegen an einen neuen Typ von Instrumentenwagen gedacht. Ein Wagen, der alle Anschlusskabel versteckt und der vor allem wirklich leicht gereinigt werden kann. Gerade deshalb, wie Sie schon erahnt haben, wurde er Easy Tray genannt, weil hier das Tray leicht gereinigt werden kann. Dies vorausgeschickt möchte ich Ihnen zeigen, wie der Wagen aussieht. In diesem Fall haben wir im oberen Teil die Piso Surgery eingeordnet. In der Mitte das Implantologiegerät Technomet und in der dritten Position das Elektrochirurgiegerät. Natürlich entscheiden Sie, wie Sie die Geräte einordnen wollen. Beginnen wir mit dem Produktprofil. Zu echt möchte ich darauf hinweisen, dass es komplett aus Edelstahl erzeugt ist. Hier ist eine Stützsäule aus Stahl, worin alle Anschlusskabel sowie alle Kabel zur Bestätigung der Pedale verlaufen, weshalb das Design klar bleibt und die Hygienisierung leicht aufzuführen ist. In zweiter Linie ist die Säule mit fünf Trays versehen. Diese Trays gibt es in zwei Größen. Unser Konfigurator ermöglicht Ihnen, die für Sie bequemere Größe aufzuwählen. Auf jeden Fall müssen Sie die Ausmasse Ihrer Geräte beachten. Dann haben wir sowohl rechts als auch links einen Handgriff zur Verschiebung, damit Sie oder der Operateur oder der Assistent den Easy Tray ruhig verschieben und positionieren können. Hier haben wir eine Infusionstab, die Sie nach Belieben regulieren können. Wie Sie sehen, haben wir zwei Beutel Infusionslösung angehängt. Sie können aber auch vier anbringen, um zum Beispiel zwei auf Vorrat zu halten. Wird während der Arbeit ein Beutel leer, ist es in der Tat unangenehm, einen anderen Beutel herbeibringen zu müssen, weshalb Sie diesen schon vorher anhängen und ruhig bereithalten können. Als extra Zubehör können Sie auch den Handstückehalter auswählen. Weshalb als extra Zubehör? Beim Einkauf einer beliebigen Geräteeinrichtung haben Sie einen Handstückehalter im Allgemeinen aus Gummi, der auf dem Tray eingeordnet wird, was aber klarerweise unbequem ist. Denn bei Arbeitsbeginn müssen Sie erst das Handstück suchen. Bei einem Meinungsaustausch mit den Ärzten stellte sich das Bedürfnis heraus, alles griffbereit zu haben. Und so ist dieses extra Zubehör entstanden, um Ihre Arbeit während des Eingriffs zu erleichtern. Wie Sie sehen, sind diese Handstückehalter auf der vorderen Seite angebracht, um das notwendige Instrument leicht zu ergreifen. Überdies können Sie auch erkennen, dass sich die Kabel der Handstückehalter nicht verwickeln, weshalb Sie das Handstück leicht ergreifen und ruhig arbeiten können. Ganz wichtig ist die Reinigung. Wie Sie sehen können, lassen sich diese Halter herausziehen und sind bei 121 Grad autoklavierbar. Viele Ihrer Kollegen entscheiden sich zum Einkauf eines Ersatzsets, da Sie nach Beendigung des Eingriffs die Handstücke herausziehen und sie sterilisieren lassen. Aber inzwischen können Sie die bereits sterilen Ersatzstücke einsetzen. Dies ist sehr wichtig, weil Sie sofort eine sterile und gebrauchsfertige Geräteeinrichtung zur Verfügung haben. Die Abmessungen der Handstückehalter sind in der Gebrauchsanweisung angegeben, aber sind für den größten Teil der auf dem Markt vorhandenen Handstücke geeignet. Sofern Sie bereits Geräte besitzen und eine andere Anforderung, also eine andere Größe haben, kann Technomad Ihrem Bedürfnis entsprechen und einen Handstückehalter für Sie auf Maß herstellen. Sehen wir im Detail, weshalb der Wagen Easy Tray genannt wird. Die Trays, worauf die Geräte angeordnet werden, sind leicht herauszugehbar und in Instrumenten parathermisch desinfizierbar. Um die Hygienisierung und Sterilisierung der Geräte zu beschleunigen, haben sich viele Ihrer Kollegen entschlossen, ein Set von fünf Ersatz-Trays, steril und gebrauchsfertig, sowie die Instrumentenhalter, zur Verfügung zu haben. Wie Sie sehen können, in dem Fall das Tray auf diese Weise oder die andere Weise anordnen. Dies ist sehr wichtig, da es mir möglich wird, die Position der Geräte zu verschieben, damit der Ausgang des Kabels gleichlinig mit einer Position des Instruments verläuft und ich das Instrument während den Operationsphasen behinderungslos herausziehen und wieder einfügen kann. Das letzte Tablet dient zur Ablage aller Antriebspedale, damit der Wagen beim Verschieben einfach und handelig ist. Für den Anschluss des Easy Tray an die Stromversorgung genügt es, den Stecker in eine Steckdose Ihres Behandlungsraums einzufügen. Zusammenfassend sind die größten Vorteile von Easy Tray Rollwagen komplett aus Edestall, mit Säule, in der die Anschlusskabel und die Antriebskabel der Geräte untergebracht sind, leicht herausziehbare, musterisierbare oder thermisch desinfizierbare Trays, ein praktischer Instrumentträger, zu verwenden mit herausziehbaren Haltungen aus Delrin, ebenfalls autografierbar. Easy Tray hat aber noch einen weiteren großen Vorteil, vielleicht der wichtigste. Bei einem Meinungsaustausch mit Ihren Kollegen ist ein Problem während der Operationsphase aufgetaucht. Wenn Sie über drei Geräte verfügen, dann haben Sie auch drei Antriebspedale. Und wenn Sie sich beim Eingriff konzentrieren, werden Sie beim Ausfählen des richtigen Pedals, um das von Ihnen ausgelösene Gerät zu betreiben, abgelenkt. Wie wurde das Problem gelöst? Der Comet hat es mit einem einzigen Pedal gelöst. Was meine ich mit einem einzigen Pedal? Ich schicke voraus, dass man diese Funktion dann haben kann, wenn man auch den MyCard-Wagen erwirbt. Wie Sie sehen, hat der Wagen sein eigenes Antriebspedal und in diesem Fall haben die Ingenieure ein Schnittstellenprojekt entworfen, wobei man mit demselben Pedal von MyCard die drei Easy Tray-Geräte betätigen kann. Wenn ich also ein Instrument auswähle und den Hebel des Pedals verschiebe, wird dieses Instrument in Betrieb gesetzt. Dies ist gut, weil Sie gut verstehen können, eine sehr wichtige Sache. Während der Behandlungsphase sind Sie 100% auf den Patienten konzentriert. Sie können keine Zeit verlieren und Sie sollten sich beim Suchen des richtigen Pedals, des zu verwenden Instruments, nicht zerstreuen lassen. Ich weise darauf hin, dass Sie, um dieses extra Zubehör zu erhalten, auch den MyCard-Wagen erstellen müssen. Überdies ist es auch erforderlich, die Geräte von Technomade Italia zu erstellen. Leider ist es nicht möglich, die Geräte, die Sie eventuell schon besitzen, mit einem derartigen System über Anpassungsglieder zu verbinden. Wenn Sie dieses Zubehör auswählen, erfolgt der Anschluss des Easy Tray an die Steuereinheit des MyCard auf diese Art durch Anschließen der Steckdose und des unteren Steckverbinders. Sicher haben Sie die Leistungsmöglichkeit und die Vorteile, die Ihnen dieses Produkt während den Behandlungseingriffen geben kann, erkannt. Dieses Produkt ist sehr vielseitig und wird nicht nur von Ärzten, die Chirurgie ausüben, sondern von allen Ihren Kollegen erworben, denn alle haben diese Probleme. Niemand will herumliegende Kabel sehen. Alle wollen die Geräte leicht reinigen können und alle wollen die Instrumente griffbereit zur Verfügung haben. Für weitere Informationen laden Sie die Gebrauchseinweisung herunter, wo Sie alle technischen Angaben der Geräteeinrichtung vorfinden. Damit bin ich am Ende angelangt. Dies war das letzte von fünf Videos der Handy-Surgery-Linie. Sollten Sie die anderen Videos noch nicht gesehen haben, rate ich Ihnen, an Sie unverzüglich anzusehen, damit Sie finden eine große Anzahl nützliche Informationen für Ihre Arbeit. Besuchen Sie unsere Homepage in dentalsurgeryunit.com. Wenn Sie sich entschließen und daran denken, einen Behandlungsraum einzurichten und Ihre Tätigkeit einem besonders geprägt zu verleihen, rate ich Ihnen an, sich mit unseren Fachleuten in Verbindung zu setzen und unseren Area-Manager zu kontaktieren, damit Technomed Italia aufgrund Ihrer Anforderungen und der vorhandenen Räume für Sie einen Behandlungsraum nach Maß gestaltet. Bevor wir uns verabschieden, gebe ich Ihnen noch einen weiteren Rat. Und datieren Sie uns, um alle Rezensionen Ihrer Kollegen in Bezug auf die Handy-Surgery-Linie zu erfahren. Es ist ganz wichtig zu erfahren, was Ihre Kollegen vom Produkt halten und welche Vorteile es Ihnen während der täglichen Arbeit gebracht hat. Schönen Gruß von Luca Riccardi. Tschüss.